Guten Tag, der Bormann aus Berlin. Dieses ist ein weiteres Beschreibungs-Link-Video, wo Sie sich doch die Beschreibung tasten müssen, um viele interessante Sachen zu erfahren, die ich irgendwo recherchiert habe und die ich gerne einstellen möchte. Ich bin im Moment leider etwas außer Gefecht gesetzt wegen meiner Herzkrankheit und versuche mich weniger mit Corona zu beschäftigen. Es wird mich umbringen, ganz schnell. Und machen Sie weiter, halten Sie dagegen, informieren Sie sich. Vertrauen Sie nicht Google, YouTube, Alphabet, die sind verstrickt mit der Pharmaindustrie. Versuchen Sie Auswege zu finden, installieren Sie Telegram, Messenger, lesen Sie meine Beschreibung. Ich werde versuchen, weiterhin kleine, feine Videos reinzustellen, im Wesentlichen mit Beschreibungen, die es in sich haben. Ja, halten Sie mir die Stange, bleiben Sie dabei. Schauen Sie dabei zu, wie ich wieder gesund werde oder sterbe. Ich weiß noch nicht, was passiert, aber ich habe einen starken Überlebenswillen. Ich möchte diesen Mist besiegen. Und nicht nur meine Herzkrankheit, sondern auch diese Corona-Faschisten. Ja, also, stay strong, bleibt stark, bleibt dabei. Wir werden Sie am Arsch kriegen.